Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2go News. Ihr seht es hier oben, ihr seht es im Hintergrund. Es sieht gut aus für Bitcoin, wenn auch der Kurs nur leicht zart im Plus ist. Gibt es jede Menge Bullische News, Bullische Indikatoren, die ich euch heute im Video auf jeden Fall mal mitgeben will. Ansonsten gucken wir kurz auf Ethereum bzw. das was Vitalik Buterin zu DeFi sagt, denn dort ist da wirklich ein richtiger Schmelztiegel zugange. Und wir gucken kurz auf Cardano und was es sonst so gibt. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Lehnt euch zurück, schnellt euch an, haut den Like drauf und dann viel Spaß beim Update. So und wir starten mit dem Gift des Tages, Gift der Woche, wie auch immer. Nee, Gift des Tages. Ja, es haben mich immer wieder Anfragen jetzt erreicht am Wochenende auch. Wie mache ich denn meine Analyse, wie mache ich meine Recherche, bevor ich in die nächste Kryptowährung investiere? So sieht es aus. Ja, also es soll natürlich so ein bisschen spaßig sein. Ich mache mir natürlich meine Gedanken, wo ich investiere vorher, aber man soll ja wirklich unbedingt auch seine eigenen Hausaufgaben machen. Denn sonst kann es so enden, dass wenn man eben in so einen Pump einsteigt, vielleicht spät auf diesen Zug, auf den fahrenden Zug aufspringt, dort dann entsprechend auch die fetten Minusrenditen einkassiert, bevor es eigentlich wirklich richtig schön wird. Das haben viele Leute 2017, 2018 am eigenen Leib erlebt und auch in diesem Jahr ist es nicht anders. Ich sage euch immer, macht einfach eure Recherchen, guckt regelmäßig hier bei den News rein, vielleicht auch in meinem Video, aber vor allem vernetzt euch. Verletzt euch in den Kanälen, vernetzt euch untereinander und tauscht Tipps und Ideen aus. Die können wir gerne auch diskutieren. Und dann lässt sich sicherlich auch der eine oder andere Investment Case vielleicht auch nochmal finden. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da vor allem auf eure eigenen Recherchen setzt und nicht auf das, was irgendjemand euch erzählt. Auch nicht ich und auch nicht jemand anderes. Kleiner Schill für euch zu meinem YouTube-Kanal. Ich möchte mich erstmal sehr, sehr herzlich nochmal bei euch allen bedanken. Wir haben am Freitag eine kleine Live-Session gemacht. Und da habe ich den Wochenrückblick quasi interaktiv mit euch dann nochmal Revue passieren lassen. Es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht und sehr, sehr coole Aktion. Für mich wäre es jetzt hier noch wichtig zu wissen, wie fand ihr es? Und vor allem, welche Zeit ist für euch optimal, um so ein Live-Video auch mal zu machen? So ein Wochenrückblick, wann ist Freitags für euch eine optimale Zeit oder auch in der Woche? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, damit natürlich auch maximal viele Leute das auch mitbekommen. Denn was ich dann wieder ein bisschen schade fand, die Aufrufe waren relativ niedrig mit 887 im Verhältnis jetzt zu anderen News, die ich sonst mache. Liegt natürlich daran, dass das Video 49 Minuten dauert. Und ich werde es wahrscheinlich in Zukunft so vielleicht machen, dass ich diesen Q&A-Teil, den wir nachher hatten, eben auch nur live machen werde. Was ich das dann eben auch lohnen und diejenigen belohnen soll, die live dabei sind. Muss ich mal meine Gedanken zu machen. Schreibt mir mal einfach runter, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber auf jeden Fall mal in den Markt und in das wie versprochene zarte Plus von Bitcoin mit 0,08%. Auch Ethereum und ansonsten die Top-Kryptowährung relativ verhalten, relativ ruhig. Wild geht es dann hier wieder bei den Altcoins zu. RAND-Protocol auch ganz weit vorne dabei. Da gucken wir jetzt gleich mal einfach bei CoinGecko mal auf die Top-Gewinner des Tages. Und da sehen wir eben OMG Network, wer es vielleicht noch kennt von früher, hat sich ein bisschen das Branding verändert. Da geht es im Moment richtig gut ab. Und auch bei Ocean Protocol, die sind jetzt bei Binance gelistet worden. Deswegen auch ein kleiner Pump. Und auch in den letzten Wochen lief es bei Ocean Protocol nicht so schlecht. Auch jetzt die ganze Diefer-Schwemme kommt eben auch dort mit rein. Auch bei Waves und natürlich bei REN. REN hier wirklich ein sehr, sehr heißes Thema. Was wir uns nochmal genauer angucken werden, werde ich mit dem Alex machen. Und der mir nämlich schon seit zwei Jahren da mit in den Ohren liegt. Und ihr habt auch gefragt nach REN. Und deswegen werden wir uns das Thema auf jeden Fall angucken. Sowohl als Artikel, als auch als Video. Stay tuned an der Stelle. Ich muss gucken, wann ich es mit Alex dann hinkriege. Ich hoffe schon in der nächsten Woche. Denn wichtige Info nochmal für euch jetzt an der Stelle. Diese Woche wird für euch auch etwas kürzer. Denn ich habe am Mittwoch meinen ersten Hochzeitstag, meinen elften Jahrestag. Und da fahre ich weg. Kurzer Wochenendtrip. Das heißt Mittwoch, das letzte Video in dieser Woche. Müsste dann ohne mich den Wochenrückblick irgendwie schaffen. Aber ich denke, in einer Woche wird das, denke ich mal, auch klappen. Gut, jetzt haben wir die Gewinner der Woche gesehen. Gucken wir kurz auf den Bitcoin-Kurs. Und da sehen wir, dass wir am Wochenende nicht viel verpasst haben. 12.000, nach wie vor eine Hürde, die wir nicht überschreiten können. Und ja, wir tingeln eigentlich nur so in dieser Ecke rum zwischen 11.700, 11.980, also 12.000 ungefähr. Passiert nicht gerade viel. Wo aber richtig die Musik geht, wo richtig Kasala ist, das ist bei DeFi. Ich sage es immer wieder. 6,3 Milliarden US-Dollar. Es ist der Wahnsinn. Es steigt, steigt, steigt und steigt. Und auch die gelockten Werte eben der einzelnen Protokolle. Da geht es ab. Synthetix, ein ganz heißes Thema auch. 17% jetzt in einem Tag wieder an neuen gelockten Werten. Tokenisierung, großes Thema und Synthetix da auf jeden Fall einer der großen Player. Auch das werden wir uns nochmal genauer anschauen. Stay tuned. Also in den nächsten Wochen wird da auf jeden Fall einiges noch an Wissensartikel für euch kommen, um euch eben dann zu den Kryptowährungen auch aufzuschlauen und eine Basis zu setzen für eure eigenen Recherchen, vielleicht auch für eure eigene Investmententscheidungen. Denn es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das, was steigt, kann ein kurzer Hype sein, kann ein kurzes Momentum sein. Manchmal ist ein bisschen mehr dahinter. Manchmal passt auch sehr gut sogar die Tokenökonomie. Wir werden es sehen. Aber wichtig, macht da eure Grundlage. Und ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Extreme Greed ist nämlich im Markt. Und das sehen wir hier im Kryptowährungen Greed Index 83. Es geht weiter Bullish zu. Und wir gucken auch gleich, warum. Denn wenn auch der Bitcoin-Kurs sich nicht so sehr bewegt, sehen wir aus fundamentaler Sicht wirklich neue Rekorde. Und zwar bei der Hashrate. Wir sehen ein neues Rekordhoch bei der Hashrate. Also ein sehr gutes Zeichen, dass ein Bitcoin-Netzwerk so sicher wie nie die Miner vertrauen dem Netzwerk. Es ist profitabel für die Miner aktuell. Und ja, auch DeFi. Bei DeFi boomt es bei Bitcoin. Wenn wir uns das hier nämlich mal angucken und die Total Value Locked uns anschauen, dann sehen wir, dass vor allem bei Bitcoin es einen massiven Anstieg gegeben hat. Das habe ich heute Morgen in dem Artikel hier auch mal zusammengefasst. Wrapped BTC werden hier vor allem verwendet, aber auch Rennen. Und Rennen wird deswegen auch ein sehr interessantes Thema für euch sein. Denn Bitcoin und DeFi kann eine sehr, sehr sinnvolle Kombination sein. Aber hier muss man natürlich auch aufpassen, denn hier ist alles noch sehr experimentell. Sollte man also nicht zu wild seine hart erhoddelten Coins irgendwo reinschmeißen. Aber es gibt eben Use Cases und es zeigt sich eben, dass die Applikationen auf Ethereum auch für Bitcoin relevant sein können. Und das haben wir auch in unserem letzten DeFi-Café besprochen. Liefer Use Cases, wo macht es Sinn? Sehr, sehr tiefer Talk mit vielen Fachbegriffen leider, die wir nächstes Mal auch noch ein bisschen besser erklären werden. Lohnt sich aber auf jeden Fall da mal in unsere Köpfe reinzuschauen, was so abgeht, wer da an diesem Thema Interesse hat. Ansonsten Gold auch gerade ein starker Indikator, der für Bitcoin spricht, die Narrative vom digitalen Gold, so echt wie noch nie. Und das ist für mich auch die bullischste News des Wochenendes, beziehungsweise auch in den letzten Wochen. Wir sehen, dass Bitcoin die Narrative vom digitalen Gold immer echter wird, immer wahrscheinlicher, immer wirklicher. Denn große Investoren sehen es genauso. Wir sehen nicht nur in der Korrelation zu Gold, dass Bitcoin vielleicht als Store Value ja auch eine Daseinsberechtigung hat. Aber diese Geschichte vom Safe Haven, der uns noch im März nach dem Corona-Crash erschüttert hat, beziehungsweise enttäuscht hat, den sehen jetzt andere wieder viel, viel besser. Und das ist zum Beispiel auch Ex-Prudential-CEO George Ball, wirklich ein großer Player im Investmentmarkt, ein großer Investor. Und Pomp schreibt es hier genau richtig, Every great investor and entrepreneur is getting converted one by one. Das heißt, Bitcoin, nach und nach erobert sich Bitcoin eben dieses Standing als sinnvolles Asset, als sinnvolle Investition, aber vor allem auch als möglicher Safe Haven, Store Value und eben einfach auf Deutsch kurz zusammengefasst, digitales Gold. Und das sehen wir zum Beispiel auch an der News von letzter Woche, wo wir eben ganz klar gesehen haben, MicroStrategy als erstes Nasdaq-Unternehmen setzt auch einen Teil seiner Cash-Reserven 250 Millionen in Bitcoin und sagt eben als Inflationsschutz ist Bitcoin hier sehr, sehr gut geeignet. Also die Narrative wirklich heißer denn je. Und das muss ich auch ganz klar sagen, wenn sich das in den nächsten zwei Jahren herauskristallisiert, haben wir wirklich noch ein schönes Potenzial vor uns und eben auch die Aufgabe, die Bitcoin erfüllen soll. Eine Alternative, eine digitale, dezentrale Alternative zu dem, was wir am Finanzmarkt haben und vielleicht auch eben zu Gold und eine klare Weiterentwicklung vom P2P Electronic Cash System zu einem auch wirklichen Store of Value. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und ja, man muss aber auch ganz nüchtern das mal betrachten und ganz klar sagen, sollte diese Rechnung nicht aufgehen, dann kann es für Bitcoin auch dünn und eng werden, denn das ist eben eine dieser Hauptaufgaben, in meiner Meinung nach einer der Hauptwetten, auf die ich auch setze, das digitale Gold sollte diese Rechnung nicht aufgehen, könnte es für Bitcoin auch noch mal ein bisschen düsterer werden, aber wollen wir uns erstmal den positiven Fakten widmen und das sieht wirklich gerade ganz gut aus. Wo es gut aussieht, im DeFi Space haben wir ja schon gesagt, Vitalik Buterin ist da zu Recht meiner Meinung nach ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht, hat hier einen kleinen Wutpost, will ich fast sagen, geschrieben, wo er eben sagt, dass man nicht in jedem neuesten DeFi Trend mitmachen muss, über sein Geld mit reinschmeißen muss, denn es gibt eben auch große Gefahren, experimentelle Phase hier und er ist sich auch nicht sicher, wie nachhaltig das Ganze ist, also da sollte man extrem aufpassen, Ethereum bietet für ihn auch noch mehr als eben nur DeFi, also auch andere spannende Anwendungen, die man ausprobieren kann, aber klar, da wo hohe Renditen sind, sind eben auch die Investoren da, die da investieren wollen und Gas geben wollen, da was mitnehmen wollen, aber auch das, was ich gerade schon am Anfang gesagt habe, do your own research, pass dir wirklich auf, so viel heißen Scheiß es auch im DeFi Space gibt, es ist eben, wie ich es schon gerade gesagt habe, auch viel Scheiß dabei, das muss man ganz klar sagen, Scam ist es nicht, meiner Meinung nach, wer sagt, es ist ein Scam, hat es nicht wirklich verstanden, aber manche Systeme sind doch wirklich ein bisschen konstruiert und es ist eben auch eine Experimentierphase, wir haben das in den DeFi Cafés schon gehabt, ja, ich kann mich da nur wiederholen, spannende Entwicklung und wir werden euch da natürlich weiter auch informieren, aber ich sage euch mal ganz ehrlich, mit Bitcoin seid ihr auf jeden Fall gut, was Langfristigkeit, Nachhaltigkeit angeht, aufgestellt. Gut, Cardano ansonsten, da geht es auch ab, da soll nächster Meilenstein schon noch in diesem Jahr vielleicht erreicht werden, Charles Hoskinson hat gesagt, Smart Contracts sollen schon vielleicht in diesem Jahr sogar möglich sein, ob es in der Testphase ist oder auch wirklich schon auf dem Mainnet, das wird sich jetzt nochmal genau zeigen, die Informationen sind hier noch ein bisschen rar gesät, aber das Staking läuft, das Ökosystem läuft, da haben wir ja auch einen Talk gemacht, wie stake ich Cardano richtig, beziehungsweise ADA habe ich zusammen mit dem Flora und euch Möglichkeiten aufgezeigt, worauf man auch beim Pooling und beim Delegieren seiner ADA-Tokens auf jeden Fall achten sollte, lohnt sich da reinzuschauen, wenn ihr ADA-Tokens haltet und eben auch beim Staking ein bisschen was dazu verdienen wollt. Ansonsten, wie gesagt, Smart Contracts und Unterstützung der Entwickler im Fokus in den nächsten Monaten bei Cardano und ja, es ist auch, glaube ich, extrem notwendig, dass wir hier vielleicht mit Smart Contracts auch die Veranwendung bei Cardano sehen. Wer weiß, ich glaube, viel, viel spannender wird es dann und das ist jetzt nochmal so ein kleiner Ausflug, wenn es nämlich dann darum geht, wie kriege ich denn diese ganzen Protokolle auch zusammen. Denn eins sollte klar sein, ich glaube, die Welt, die Zukunft, wie wir sie kennen, wie sie aussieht, also die Blockchain-Welt, basiert vielleicht auf Bitcoin als Layer 1, als sicherstes, bestes Netzwerk und absolute Bastion. Aber Applikationen finden wohl eher auf der Ethereum-Blockchain, auf anderen Blockchains vielleicht statt und die müssen auch noch miteinander kommunizieren. Interoperabilität, wieder ein ganz heißes Thema, fast wie 2018, ja, was machen wir denn mit den ganzen Sachen? Die müssen ja auch miteinander kommunizieren können. Kommt das jetzt wieder hoch mit Polkadot, da geht es ja jetzt morgen ab, da werden die Tokens verteilt, also auch das ist ein heißes Thema, wenn es euch interessiert, haut es mal unten in die Kommentare. Auch dazu können wir mal einen Bericht machen, wenn ich auch sagen muss, es ist sehr kompliziert, was hinter Polkadot steckt. Ansonsten Wissen, wenn ihr das aufbauen wollt und Analysen, News, beziehungsweise News hier nicht, ist ja Wissen, dann guckt mal in unsere Wissensrubrik rein, da findet ihr alles von A bis Z, das wird hier regelmäßig erweitert, um neue Coins, um neue Projekte, aber auch um neue Begriffe, gerade im Defer Space, sehr, sehr viele neue Fachbegriffe, aber hier findet ihr alles Wissenswerte, auch in der Bibliothek, könnt ihr euch einfach ein bisschen durchwühlen, ein bisschen gucken, was euch so interessiert, ganz viele Insights zu DeFi, auch zu Finanzen, unsere Ratgeber, also es lohnt sich ein bisschen bei uns durchzuschauen, ansonsten nochmal ein Schill für den Instagram-Kanal, haut hier die Abos drauf und freue ich mich, euch da auch so unterhalten zu können mit kürzeren News, also guckt da mal rein, mache ich jetzt aber auch nicht regelmäßig den Schill, ich hoffe, es hat dir jetzt gefallen, ich hoffe, du konntest was mitnehmen, wenn nicht, schreib es mal unten in die Kommentare, was fehlt dir, was brauchst du noch, also ich sehe, ihr seht, ich brauche eure Interaktion, ich wünsche euch jetzt einen super Start in die Woche, eine super Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut und ciao!